Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Chip.de Adventskalender. Wir öffnen natürlich in 18 und was haben wir drin? Ein DVD-Fop-Player, eine Jahresversion, ist, ja, um Blu-rays und so abzuspielen, ganz ehrlich, dafür braucht ihr auch erstmal Blu-ray-Player, ne? Ist klar, und ohne Blu-ray-Player könnt ihr auch keine Blu-ray abspielen, also mal wieder ein absolutes Mistprogramm, was totaler Schwachsinn ist. Ja, dann passt das mal wieder, mal wieder nur Mist drin. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.